So, jetzt aber endlich mal herzlich willkommen zu Part 39. Ich bin jetzt schon so oft hier gestorben, dass ich... hoffe mal, wenn ihr das seht, dass es mal der letzte Part ist, sonst werde ich das wieder, nur für den Papierkorb. Okay, und los geht's. Der Kampf gegen Fadi Phase 1. Natürlich fängt es so an. Natürlich fängt es so an. Ich könnte kotzen. Nehmen wir mal das und das. Ne, da braucht er. Erstmal das Schwert muss immer hier hin. Und jetzt brauchen wir das Teil. Noo. Dann geht es die erste Phase so verdammt einfach. Dreimal lässt er sich am Anfang schlagen, okay. Ach, jetzt kommen die Laser schon mal. Die sind heftigen lassen ordentlich mehr Schaden. No fail! Ich darf hier nicht so viel Leben verlieren, aber aus der Nacht ist es viel schwieriger. Tschö, das ist viel Spaß. Ok. Oh Mann. Genau, es portet er sich so schrecklich oft, und ich wollte eigentlich das Ding hier. Oh Mann, ich wollte doch meine Milch für den nächsten Boss aufsparen. Ne, seit oben sehe ich immer gar nicht. Jetzt kommt Phase 2, vielleicht hat er auch noch eine dritte, ich habe keine Ahnung, wie ist denn der... Oh Mann, bitte geh doch mal jetzt kaputt, du Arschlo. Na, wir können ja mal gleich einen Schluck Milch trinken. Was brauche ich hier? Pfeile. Jetzt holt er hier seine Schokoladenspreusel raus, die da noch aber zu Pfeile sind. Yay! Er sind aber glaube ich keine. Jetzt müssen wir hier diese Augen umdrehen, und damit dann mit den vier Schwertertypen reinhauen. Das wird immer schwieriger. Ja, das schon sehen, was ich meine. Okay. Meine Güte. Okay, jetzt ist jetzt also die Seite hier. So. Och Mann, Alter. Ich kann mich gar nicht an so einen kleinen Bossfight erinnern. Vor sechs Jahren. Ich habe das damals so dick gemacht. Da war ich zehn. Oh Gott. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Wo bin ich denn denn so ein scheiß Elektroding getroffen? Na, auch nicht gereicht. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Wo bin ich denn denn so ein scheiß Elektroding getroffen? Na, auch nicht gereicht. Und jetzt ist es wieder vorne. Komm schon. Oh Mann. Okay, jetzt ist der Mondlauer. Und das Rote ist rechts. Oh meine Güte. Komm schon. Mann ey, der bewegt sich zu viel. So. Na, bleibst du von mir fern. Komm schon, komm schon. Oh Mann, immer noch nicht. Hab ich noch ne Milch? Ja, ein Stück hab ich noch. Das sah eben noch ganz anders aus. Oh Gott, was ist das denn jetzt für ne... Ich brauch aber Pfeile. Okay, das ist auch ganz einfach so gesehen. Wow. Ach, verschissen und zugenägen. Man darf jetzt auch nicht zu lange brauchen, sonst... ...wechselt der das Monster wieder. Ja. Ja. Das war aber auch wieder nur eine Phase. Ich hoffe, ich kann mir noch eine Milch kaufen. Das darf nicht sein. Ich bin ein Demer. Ich bin ein... Ich kann nicht sein gegen ein Kind verlieren. Wenn das Spiel jetzt zu Ende ist, dann habe ich glaube ich was verpasst. Ich hoffe, ich kann mich noch mal rüsten vor den endgültigen Kampf. Ja. So, jetzt muss ich erst den Fluch entfernen. So. Und da ist sie wieder. Du 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 du. Oh, mein Name, Fatih, so wie er jetzt war, jetzt mal besiegt. So, was passiert jetzt? Jetzt brüch die ganze Kathedrale hier zusammen. Ach du Scheiße. Na, türlich. So, wie es. Dann schnell seitigen Städte. Okay, also erstmal Milch reinhauen. Ich weiß aber, hoffentlich funktioniert das noch. Dann weiß ich, wo es Feen gibt. Oh, fuck. Doch, wenn es hier runter geht, dann mache ich das. Dann farme ich jetzt meine Feen. Ja, das geht geil. Yo, Epik. So, ich muss speichern. Ich habe es lange nicht so weit geschafft. Naja, ich will aber volle Herzen haben. Und nochmal speichern. So, dann mache ich jetzt hier einen Cut. Ich bedanke euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid dabei, wie ich Fati in den Arsch drehe. Ha. Bis gleich, Leute. qué ist. Bis gleich, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye.